Jakob Böhme wurde 1575 in Görlitz geboren. Im Jahr 1600 veranlasste ein spirituelles Schlüsselerlebnis ihn zum Schreiben. In dieser Schau war ihm die Liebe Gottes gewiss geworden. Diese Gewissheit ließ ihn auch die furchtlose, denkerische Zurückverfolgung der Widersprüche von der Natur bis in die Gottheit hinein in Angriff nehmen. Inmitten der sowohl beängstigenden als auch begeisternden Welt sah Böhme den Menschen stehen, der Himmel und Hölle in sich trägt und das Verhältnis beider zueinander frei bestimmen kann. Am Anfang allen Seins stand für Böhme das große Mysterium des göttlichen Ungründes, das heißt des Unbegründeten, das von unserem Modell im zugeklappten Zustand repräsentiert wird. Böhme schrieb, der Ungrund ist ein ewig Nichts und macht aber einen ewigen Anfang als eine Sucht, also ein Suchen, denn das Nichts ist eine Sucht nach etwas. Böhme, der vielfach als der erste deutsche Philosoph gilt, meinte damit, Im Ungrund geschieht die Selbstgebärung der dreifaltigen Gottheit im Spiegel der Weisheit Gottes, der Sophia. Die verborgene ewige Weisheit besitzt kein materielles Sein, sie wird durch das Bild des Auges symbolisiert. Das unbewusste Suchen und Begehren umfasst ein Streben nach Licht und führt in die ewige Weisheit. Damit sind die drei Gestalten der heiligen Dreifaltigkeit vorgestellt. Gott Vater bildet das dunkle, begehrende Feuerprinzip. Aus ihm wird Gott Sohn ewig geboren, der das Prinzip von Licht und Liebe ist. Der heilige Geist geht von Vater und Sohn aus. Er schafft alle Kreaturen. Nach dem Vorbild der Berufungsvision des Ezechiel gleicht Gott auch sieben ineinandergreifenden Rädern, die für die sieben Geister Gottes stehen. Sie werden auch Gestalten und Qualitäten genannt. Sie finden sich in allen Kreaturen. Keine der Qualitäten erscheint als erste oder als letzte. Denn alle gebären sich gegenseitig in Ewigkeit. Eine der sieben Qualitäten entsteht, wenn sich der Ungrund zusammenzieht und dadurch düster, kalt und herb wird. Als Gegenbewegung zu dieser finsteren Enge kommt es zur Abstoßung, zum sogenannten bitteren Stachel, dessen Bewegung Fühlen und Leben entstehen lässt. Aus dem Wechselspiel von Anziehung und Abstoßung resultiert die rotierende Angstqual. Durch die drehende Reibung entzündet sich das zwiespältige Feuer mit dem sogenannten Schrack, dem Blitz. Aus dem verzehrenden Feuer wird das Liebe-Licht geboren, das im süßen Wasser strahlend, sanft und freudenreich wird. Aus dem Blitz geht der Ton bzw. der Schall hervor. Alle Naturqualitäten werden von dem Korpus leidlich zusammengehalten. Noch vor der Erschaffung unserer Welt schuf Gott, Böhmel zufolge, aus diesen Naturqualitäten das Reich der Engel als Bindeglied zwischen der Ewigkeit der Gottheit und der zeitlichen, vergänglichen Welt. Die Engel unterscheiden sich nicht in ihrer Vollkommenheit. Sie erbten den freien Willen Gottes und lebten ewig in göttlicher Harmonie. Aus dieser Harmonie brach Lucifer, der schönste aller Engel, aus. Die sieben Qualitäten in ihm, die vorher in Harmonie zueinander standen, erhoben sich nun gegeneinander im Streit mit katastrophalen Folgen. Der göttliche Zorn entzündete sich im ganzen Bereich Lucifers. Übrig blieb eine halbtote Natur, in der jedes Ding für sich bestand und im Streit mit den anderen lag. Das stellte den Ausgangspunkt der Schöpfung dar, bei der Böhme dem biblischen Sechstage-Schema treu blieb. Daran anknüpfend entwickelt er das Bild des Ur-Adams. Gott schuf Adam als Ersatz für den gefallenen Lucifer. Der Ur-Adam erschien als ein engelsgleiches, androgynes und zunächst unvergängliches Wesen. Er konnte sich auf geistige Weise fortpflanzen und ernähren. Jedoch war Adam begierig danach, die Frucht der vom Teufel infizierten Erde zu essen. Damit traten in ihm die beiden Geschlechter auseinander. Er verlor die Fähigkeit der Ursprache sowie der magischen Zeugung und fiel in den Schlaf als die Vorform des Todes. Auch die von Gott aus seiner Rippe gestaltete Frau Eva unterlag der Versuchung. Beide aßen die Frucht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Daraufhin wurden sie in die vergängliche Welt verstoßen. Seitdem steht der Mensch nach Böhme sowohl im Prinzip des Lichtes, das heißt des Sohnes, wie im Prinzip des von Lucifer entzündeten Zornfeuer Gottes, des Vaters, sowie im dritten Prinzip, nämlich dem der Welt, das aus beiden gemischt ist. Diese drei Prinzipien findet man nicht nur im Menschen, sondern in allem. Im Herzen der Menschen bekommt der naturphilosophische Prozess seine ethische Dimension. Bewegt der Mensch sich mit Hilfe des Heiligen Geistes ins Licht, dann dient ihm das Feuerprinzip zur Freude. Bewegt er sich ins Zornfeuer, wird ihm dieses zur höllischen Qual. Der Mensch muss für sich immer wieder aufs Neue die Entscheidung treffen, zwischen dem Weiterdrehen im Angstrad der Natur oder sich mit Hilfe des Heiligen Geistes ins Licht führen zu lassen. Als Vorbild für diesen lösungsbedürftigen Menschen beschloss Gott, in Christus selbst Mensch zu werden. Im Unterschied zu Lucifer und Adam widersteht dieser allen Versuchungen. Christus vollbrachte das Erlösungswerk am Kreuz. An die Stelle des göttlichen Zornfeuers trat das Licht der Auferstehung. Der Mensch, der in Christi Nachfolge tritt, kann an diesem Prozess teilhaben und dem Satan entrinnen, der ihn gefangen hielt. Nicht nur für die einzelne Seele des Menschen gilt dieser Prozess der Wiederherstellung der ursprünglichen Harmonie, sondern die Gesamtheit der sieben gestaltend vollzieht ihn. Am Ende der Zeit will Gott, Zitat, das Böse von dem Guten scheiden und das Gute wieder in die sanfte und liebliche Wonne setzen, wie es war vor der gräulichen Anzündung der Teufel und will das Grimmige dem König Lucifer zu einer ewigen Behausung geben. Zitat Ende Der erlöste Mensch wird laut Böhme dem Uradam gleichen. Mit dem himmlischen Jerusalem werde dann das neue Paradies entstehen. Wie in der komplett aufgeklappten Figur unseres Modells die Sonne der Mittelpunkt aller Planeten, Farben und Gestalten ist, so fungiert das Herz des Menschen als Zentrum des ganzen geschilderten Prozesses. Es ist der Ort, in dem aus dem Feuer das Licht geboren wird.